Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und heute gibt es eine weitere Folge The Story Behind. Heute mit der Geschichte zu meiner Abschlussarbeit, beziehungsweise damit verbunden auch meinem ersten Shooting, was irgendwie mit Mode, Portrait und so weiter zu tun hatte. Viel Spaß dabei! Ja, bei meinem letzten YouTube-Video habe ich euch ein bisschen teilhaben lassen an den Erfahrungen, die ich zum Thema Ausbildung zum Fotografen gemacht habe und dachte mir, da wäre es doch jetzt wirklich super passend, euch mal meine Abschlussarbeit zu zeigen. Weil als Fotograf in der Ausbildung musst du ganz zum Schluss, hast du einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil und beim praktischen Teil gibt es ein paar Pflichtaufgaben, die dir gestellt werden und dann hast du noch eine freie Arbeit. Das heißt, du musst selber dich hinsetzen und ein Konzept schreiben und Fotos dazu erstellen. Und gleichzeitig war das für mich mein erstes, ich sag mal Mode, beziehungsweise einfach Fotoshooting mit Modellen. Ich habe vorher eigentlich immer nur Landschaften oder wenn das dann so Schulaufgaben waren, habe ich oftmals nur Produkte fotografiert, weil ich überhaupt nicht wusste, wie soll ich denn mit einem Model und was mache ich denn da und ja, das war mir alles irgendwie. Aber es hat sich so während der Ausbildung entwickelt, dass ich gesagt habe, ich habe wirklich mal Bock, so ein Mode-Shooting, Arbeiten mit Modellen, da hatte ich richtig Lust drauf. Und naja, dann kam so die Anfangsplanung fürs freie Thema zur Abschlussarbeit und ich hatte erst noch ein, zwei andere Sachen im Kopf und irgendwie habe ich dann so kurz vor Ende gesagt, nee, ich mache das jetzt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe da ein bisschen geplant. Genau, und Aufgabe bei so einer freien, bei dem freien Projekt ist es auch, ein Konzept zu schreiben. Das schreibst du aber komplett vorab, vor dem Shooting. Das heißt, du schreibst dieses Konzept und du sollst Lichtskizzen dazu machen, du sollst Skizzen dazu machen, wie das Foto aussehen wird und das gibst du vorher ab in der Schule und dann fotografierst du erst. Also eine wirklich extrem schwierige Aufgabe, weil du im Idealfall natürlich versuchst, es eins zu eins umzusetzen. Jetzt im realen Leben, im Berufsleben merkst du, du hast ein Moodboard und planst was, aber oftmals kommt irgendwas oder du bist super bereit für Spontanität und kannst hier nochmal und da nochmal. Da war es wirklich wichtig, das möglichst eins zu eins umzusetzen. Aber ihr werdet sehen, mein Konzept hat mit dem Endergebnis noch einiges zu tun, aber ich musste auch den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen. Aber ich zeige euch jetzt das Ganze mal hier. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Das ist quasi das geschriebene Konzept. Genau, da geht es ein bisschen Aufgabe, Zielgruppe, musst halt ein bisschen analysieren, Beschreibung der Bildideen. Dann kommt natürlich noch sowas dazu wie Gestaltungsmittel und solche Geschichten. Genau, mein Modeshooting war quasi ein gefaktes Vogue-Shooting. Das Ganze sollte in einem Steinbruch stattfinden. Da war ich auch schon vor Ort und habe mit denen Rücksprache gehalten, habe das abgeklärt und das passte alles und alles super. Also auch Sicherheitsbestimmung und so, alles geplant und gemacht und Sonnenstand, wie man hier unten drauf sieht, alles geplant. Genau, dann ging es hier um Bildgestaltung. Das heißt, du hast aufgeschrieben, mit was für einer Blende arbeitest du, von wo kommt das Licht. Und auch halt die Gestaltungsmittel, wie man da oben sieht. Also du hast schon eigentlich das ganze Bild, ja, das ganze Bild schon fertig, bevor du eigentlich fotografierst. Hier genau, hier ging es dann nochmal weiter. Das macht man dann quasi für jedes Bild dieser Bildserie. Und als letztes dann nochmal Realisierung und Plan B. Und vom Plan B lese ich jetzt mal einen kleinen Teil vor und dann werdet ihr gleich sehen, wenn ich euch dann die Bilder einblende, dass ich auf dem Plan B, der von dem ganzen Konzept wirklich hier nur so einen kleinen Teil einnimmt, ja, zurückgreifen musste. Ähm, genau, bla bla bla. Ähm, der Steinbruch ist für den Shooting-Tag exklusiv gebucht. Falls jedoch das Wetter das Shooting im Steinbruch verhindern sollte, werde ich die Aufnahmen im Studio umsetzen. Hierbei werde ich versuchen, die gewählten Gestaltungselemente und Kompositionsprinzipien beizubehalten. Eine terminliche Verschiebung des Shootings ist aufgrund der Redaktionszeiten nicht möglich. Ja, und genau so kam es, es hat geregnet. Am Shooting-Tag hat es geregnet. Ja, dann plant man für seine freie Arbeit, für seine Abschlussarbeit. Das ist das Ding am Ende der Ausbildung, wo man richtig Bock drauf hat und dann kommt sowas. Ja, ich schalte euch mal drauf, dann seht ihr die finalen Ergebnisse. So, jetzt solltet ihr die finalen Ergebnisse sehen. Ähm, ja, wie ihr sehen könnt, ähm, ist das schon sehr nah dran an den ursprünglichen Bildskizzen. Ähm, ich gucke mal, ob wir das hier einigermaßen hinkriegen, ne, dass ihr so, dass ihr ungefähr seht, äh, dass ihr das nochmal vergleichen könnt. Ähm, also das passt schon ganz gut. Aber man ist dann natürlich, äh, wild durchs Studio gelaufen und hat sich überlegt, wie kriege ich jetzt diese Gestaltungselemente da unter. Weil, ich hatte zwar den Plan B und hab da reingeschrieben, ich setzte das dann im Studio um. Aber dass es wirklich eintreten würde, damit hab ich wirklich nicht gerechnet. Ähm, weil der Wetterbericht sagte eigentlich immer, dass es passt. Und ja, irgendwie am Abend vorher war da auf einmal Regen. Und das war wirklich, ja. Das heißt, ich bin da rumgelaufen, hab diese Leiter gesehen und hab gedacht, so könnte das funktionieren. Ähm, ja. Also, das so als erstes Mode-Shooting mit Modellen war dann wirklich eine extreme Herausforderung. Ähm, also ich hab die zwei Modelle bei, bei einer Agentur gebucht und hatte ein Hand-Make-up-Team, äh, mehrköpfiges. Ähm, ich hatte einige liebe, liebe Kollegen aus meinem Ausbildungsbetrieb dabei, die, äh, ja, ihre Freizeit geopfert haben. Ähm, um mich da zu unterstützen, äh, und es war wirklich ein großartiges Shooting. Und, was ich letztes Mal schon erzählt hatte, äh, beim, im letzten Video ist dieser Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks. Das heißt, es gibt eine, nach der Ausbildung eine Jury, die, äh, Arbeiten bewertet, wenn du dich da drauf bewirbst. Und, nachdem du quasi deine Ausbildung gut abgeschlossen hast, geht dann aber nur noch, gehen dann nur noch die Fotos quasi, die dann in der Jury bewertet werden. Und genau diese Serie hat mir dazu verholfen, quasi Bundesliga zu werden. Ähm, das war wirklich, wirklich großartig. Und man muss sagen, also ich bin weit, weit, also wirklich, wirklich kein Streber. Äh, in der Berufsschule, in der Fotografenberufsschule vielleicht so ein bisschen, aber einfach, weil ich Bock drauf gemacht habe. Aber wenn du, wenn du alte, äh, Klassenkameraden, äh, von mir fragst, ähm, also in der normalen Schule. Also ich war wirklich das Gegenteil von dem Streber. Ich habe selten, selten mitgearbeitet, ich war selten aktiv. Ich hatte eher das Glück, dass, ähm, Lehrer irgendwie trotzdem mich gerne hatten und immer eher ein Auge zugedrückt haben, wenn es dann um die Note in der mündlichen Beteiligung ging oder so. Also ich war da wirklich, und ich habe ein Abi, ein MV-Abi von 2,9. Also damit, äh, kann man wirklich jetzt nicht glänzen. Äh, sprich, ich war wirklich nie ein guter Schüler. Und bin auch nie gerne zur Schule gegangen. Aber, äh, wenn du ein Thema hast, für was du brennst und was du richtig gerne machst, dann setze dich auch gerne damit auseinander. Und dann ist es natürlich auch einfacher, gute Noten zu schreiben. Ja, wie ihr seht, man kann sehr, sehr viel planen. Und man kann sehr, sehr viel vorbereiten. Und man muss immer wieder sehr spontan Probleme lösen. Aber genau das macht den Job des Fotografen auch aus. Und genau das macht auch Spaß. Muss man ja ehrlich zugeben, so ein bisschen Nervenkitzel gehört dazu. Und ich hoffe, so dieser kleine Blick hinter die Kulissen zu meinem ersten Shooting, ähm, zu meinem, zu meiner ersten Erfahrung, zu meiner Abschlussarbeit, äh, hat dir so ein bisschen, ja, ein bisschen Eindruck geben können, wie bei mir die Anfänge waren. Und um das vielleicht einfach noch ein bisschen weiter zu vertiefen, könnte ich als nächstes Video machen. Weil ich bin nach diesem, nach dieser Abschlussarbeit, bin ich für vier Monate nach New York. Und hab da dann, äh, vier Monate in New York gelebt und gearbeitet. Und hab da dann auch meine weiteren, ersten weiteren Shootings umgesetzt und quasi, ja, in New York dann mein Portfolio langsam aufgebaut. Und vielleicht mach ich dann das nächste Video, ein Video dazu, von meinem ersten Shooting, was ich dann in New York realisieren durfte. Wie ich quasi mit einem nicht vorhandenen, also nur mit den fünf Bildern, nicht vorhandenen Portfolio, äh, die Modelle gekriegt habe von Agenturen und so weiter. Also, schalte wieder ein, wenn dich das interessiert, äh, damit du auf dem Laufenden bleibst, unbedingt abonnieren. Äh, aktiviere die Glocke, damit du eine Benachrichtigung kriegst, sobald ein neues Video online kommt. Und wenn du am Konsumieren bist, bitte fleißig kommentieren. Ich bin auf Feedback angewiesen, um für dich, für euch die besten Videos, auch das, was euch interessiert, hochzuladen, zu erstellen. Und, äh, ja, freu mich, wenn ihr dabei bleibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.